So, und da sind wir wieder bei GTA 5 und ich muss mich mal anders hinsetzen, so. Äh, und wir fahren jetzt zu dem T und können demnächst mit Dingens Jagen gehen. Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Äh, ist aber auch egal. Okay, jetzt hier, so, ja. Ah, wir sind wieder bei Trevors Wohnwagen. Seh ich gerade. Ich hab schon versucht, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich dachte, du sagst, du wirst mich nicht beherren. Ich dachte, du sagst, du wirst mich findest Michael Townley. Es gibt zwei Michael Townleys leben in L.S. One is 83, and the other one is at Kindergarten. Ich habe die Lehrerin versucht, ihn auf den Telefon zu sein, um zu sein, aber sie schreckt mich auf die Polizei. Ich bin kein Molester, Trevor. Shut up, bevor ich Sie, okay? Now, ist es noch etwas anderes? Ich habe mich durch den Telefonnummern gefunden. Ich habe mich da, Michael DeSanta, über die Zeit, mit zwei Kindern. Was ist seine Frau? Was ist der Name? Amanda? Amanda? Ja. Du bist ein Genie, du moron. Komm, komm, komm hier. Woo! Du kannst mir nicht sagen, was ich will wissen. Sorry, Trevor. Run, du kleiner Barsch. Geh raus hier. Wir gehen in Los Santos. Wir sind? Nicht du, ich und Wade. Was für mich? Du bist der CEO von Trevor Phillips' Enterprise. Find uns ein Business, so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, wait, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we going to stop for ice cream? Also, warte. Oh, was ist der Stopp? Ice cream? Nein, ich glaube nicht für ice cream. Geh raus! Wo sind deine Leute in Los Santos? Es ist mein cousin da, Floyd. Er hat mit seiner Freundin in einem Ort, in einem Ort, in einem Ort, in der Küche Beach. Also, uh, was ist der Stopp? Die Familie ist wichtig, Wade. Nicht so wichtig wie der Mann, der du in die Arbeit hat, du in die Mentoren, und du in die Am... Okay. Um... A gott amat die nach, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes. Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I-I-I don't think we'd be welcome there. I mean, wasn't you the one to... Well, sent them on their way to begin with? ich habe eben übrigens ein cut gemacht da war ich kurz auf die aufnahmetaste gekommen ist tut mir ein bisschen leid aber hoffe das war nicht weiter schlimm so welches wieder reden da vorne ist irgendetwas freundlich hier, sie verletzten. Ice hat den ganzen Ort genommen. Du bist verloren, du bist nicht vergessen, Brüder. Wir finden das, motherfucker. Ich habe dich vom Bomben, du hast eine Pistole mit dem Ding, das macht dich ruhig. Ja. Ich hab ihn. Das sind meine Geschenke für diese Brüder. Was ist mit dir jetzt passiert? Wir könnten es natürlich theoretisch leise machen, ne? Das wäre ja auch mal was, aber das ist eigentlich gar nicht Travers Art. Wenn ich so überlege. Hm. Okay, das war's mit dem leisen Anschleichen. Was? Alter, kommt der da mit der Schrotflinte an der Spast? Und ich war schon wieder zu nah am Mikro, verdammt du Scheiße. Leid. Okay. Ähm. Wir kriegen das aber hin. Ja, ich glaub das war's. Natürlich. So. Jetzt geht's mal richtig los. Pass auf. Wir machen das einfach so. So. Leck mich. Dass die Leute hier immer... Kennt ihr so Leute, die anklopfen? Aber dann trotzdem reinkommen? Also, eigentlich das Anklopfen gar nichts nützt. Weil man einfach nicht ja sagt. Ja. So ist meine Familie. Was bringt es einem anzuklopfen, wenn man sowieso einfach reinläuft? Ich... Ich manchmal... Naja. Äh. Äh. Haftbomben. So. Die hätten wir. Ähm. Müssen wir natürlich noch diejenigen. Ach, halt die Fresse, Wade. Krieg noch Sinn. In mein eigenes fucking Business. Die sind noch schützend. Kann ich euch alle schrauben? Ich kam zurück. Weil ich dachte, dass ich dich als menschliche Schild benutze. So. Das noch. Und jetzt der letzte davon. Dann vermüchte ich erst hier weg. So. Mir gibt dich noch Los Santos. Und schreien. Und schreien. Aber nicht die gute Idee. Ja. Es war gut, Wade. Wir müssen nicht mehr über die Verlusten denken. Wir gehen und finden meinen alten Freund. Der Michael Townley sollte... ...ein Michael Townley hätte... 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 ...löse. Und die sind... ...die sind... ...die sind... ich werde hier sein ich habe nicht irgendwas Tee? Trevor? Lube up your eyehole, f**ker Cuz I'm gonna f**k you tiny mind I'm about ready to turn you into roadkill Please. Don't turn me into anything I just want to be Wade Are we nearly there yet? No Wade Are we nearly nearly there? Wenn du das aufhören kannst, kannst du nicht da sein. Kannst du mir eine Geschichte erzählen? Nein, Wade. Lass mich ein Spiel, dann. Du kennst du animal, mineral, oder vegetal? Ich gehe erst. Ich bin Nanotechnologie. Was? Was? Dammit. Ich habe es weggegeben. Ich habe nicht gesagt, was ich bin. Ich werde wieder beginnen. Animal, vegetal, oder mineral. Hey, hey, hey. Wie ist das? Ich erzähle dir eine Geschichte. Wenn du nicht wieder zu sprechen möchtest. Ich liebe die Geschichte. Natürlich. Diese Geschichte ist über ein Junge von Trich. Trich, Trich. Trich, Trich. Es geht nicht. Es ist lustig. Er war lustig. Er war lustig. Er war das lustigste, schwerste, lustigste Kind in Kanada. In der Kanadischen Grenzen von Amerika. Okay. Dieser Junge, er hatte alle die Talenten. Charisma, und Geil, die ein Junge können. Aber er wusste nicht, was zu tun. Er war das. Er war wie das ist das? Schau, das sieht ja auch leicht lädiert aus. Das ist da, wo die Menschen wiederkommen zu leben. Es hat fast zehn Jahre alt. Aber du wirst noch einen anderen Tag, oder so, oder, alter Freund? Möte... Fuckin' Fuck! Ich schief für dich! Wir sind nicht fucking tot. Du war mein best Freund. Also, du wirst, wer kommt auf deine Tür, du Fuck! Wer gibt dich zum Apartment von Waits Kazan? Ah, wir können das Auto wechseln. Damit sind wir ein bisschen sportlicher in Los Santos unterwegs. Na kommts, steig ein. Wir sind unter der Brücke robbing jemanden, die ihn durchgebracht hat. Manchmal geht er in die Stadt und robben die Shoppen und innen und so weiter. Und er versuchte unsere Heroin, dass er vielleicht auch Menschen sollte. Und du wißt du was? Little Trisha hat die Leute gemacht. Und Little Trisha hat es gut gemacht. Und hat Luke happily ever after? Für a while. Until der Troll hat eine andere Troll in einem Strip Club. Und sie haben sich verloren. Und er hat sie einen Paar von Fake Troll-Tits. Even größer als seine Troll-Tits. Damit sie mehr Geld verdienen. Und vielleicht ein bisschen auf der Seite, ohne Callwork. Aber du hast das von mir gehört. Wow. Und dann, sie hat eine Paar von Little Trolls und der Big Bad Troll unter der Brücke ging soooch. Und dann, was? So Little Trevor hat ein neues Freund, called Brad. Und er war über mich über mich über mich über mich, wenn es alles ging zu sch***. Und Mike wurde getötet und Brad wurde in der Jäule. Oh! Oh! Wir sind neben Float's Haus. Ich sehe ihn auf I-Find maps. Ich gebe dir die Richtung. Wir haben einen Navi-Wert. Wir haben hier. Wir gehen hier. Wir gehen hier. Jetzt ist es wie ein Rat. Jetzt geht es weiter. Das ist der Ort. Ich glaube, es ist zumindest ein Ort. Haben wir eine schöne Geschichte gehört? So ein bisschen... Es ging natürlich um Michael und Trevor. Das hat man ja gehört. Und so ein bisschen, wie die Geschichte entstanden ist. So. Ja, Treppen laufen ist schwierig. Wir haben jetzt einfach mal das... Travis Carrow umstehen lassen. Ein bisschen was Sportlicheres genommen. Wer ist? Ja, dein Freund! Fuck! Es kam zu uns zu besuchen, du wunderschön. Jetzt kommt auf den Boden und schraubt mir eine sch***. Oh! Du wirst. Ich hörte, du warst aus dem Schmerz irgendwoher. Nein, nicht irgendwoher. Hier. Er wird Schmerz hier. Gib mir eine sch***er Leiter. Du kannst hier nicht. Okay. Das ist meine Freundin. Sie hat eine Konferenz. Du kannst hier nicht schmerz und du kannst hier nicht bleiben. Wie geht's hier? Wie geht's hier? Es ist schon lange. Ja, ich habe dich nicht gesehen, seit du warst in Evelyn. Ein Mann war niemals durch. Du musst gehen. Du beide. Meine Freundin? Sie würde mich töten, wenn sie wussten, ich hatte. Es ist keine Freundin, wenn sie nicht mag deine Familie. Jetzt holst du mir eine sch***er Leiter. Ich werde dich nicht wieder fragen. Oh, ja. Okay. Warte. Ich habe keine Brüder. Dann gehst du raus und sch***er mir etwas. Du gehst auch. Okay. Ah. Flawless Apartment kann jetzt als Unterschlupf genutzt werden. Du kannst Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Zufahrt parkst. Wiedere Freunde, Kopfschlüsse 5 von 5, mysteriöses Präsent. Haben wir nicht? Okay. Und Trollpunkt, naja, immerhin Silber mit 75%. Und damit sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.